Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir gehen jetzt einmal kurz in die Bank rein. Heute werden wir versuchen, all unser Geld hier mal mitzunehmen. 1, 0, 3, 6, 3, 9, 0. Okay, warte, müssen wir vielleicht so machen. Machen wir erstmal 1 Million. Da fehlt nur ein Geld. Ja. Dann nochmal 20.000. Ne, das sind doch 20.000. Und dann nochmal 6.000. Und dann 120. Hoppala. Ne, warte, die können wir so nehmen. Oder egal, lassen wir mal so. Dann können wir hier einen ganz bestimmten Move mal durchziehen. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt vielleicht die Rüstung bekommen. Wird eine sehr, sehr langweilige Folge, sage ich jetzt schon. Müsst ihr euch nicht reinziehen, aber ich will zumindest die Vollständigkeit der Deldra-Rüstung hier haben. Das heißt, wir werden sehr viel hier abwarten und in die Läden reingehen. Bis wir endlich es vollständig haben. Okay. In dem Laden gibt es oben nichts. Außer in den Einraum. Dann machen wir hier zwölf Stunden einmal. So, dann wird das wahrscheinlich gleich wieder einen Angriff geben. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wo sind sie denn? Da. Jo. So, und dann können wir hier nochmal zwölf Stunden machen. Okay, acht Stunden haben wir noch vor uns. Jo. Können wir alles gleich wieder verkaufen. Also, nochmal acht. Werden wir gleich wieder angegriffen, ne? Oder doch nicht? Okay, hier oben scheinen wir am sichersten zu sein. So, hier können wir wieder verkaufen gehen. So, hier Bitterbrunn. Hä? Warte mal. Repair-Item. Machen wir vielleicht einmal alles heile? Was wir haben. Repair. Ah, okay. Wir müssen alle, mussten alle einmal repariert werden. Ja, aber wieso hier minus zwei? Ja, aber wieso hier minus zwei? Das ist doch ein bisschen die Hände. Das ist doch etwas noch. Das ist doch das, was wir haben. Ähm. Ist irgendwie ein Zauber auf mich gewirrt gerade? Irgendwas stimmt da gerade nicht, irgendwas passt da nicht. So, was hat der jetzt? Es sind auf jeden Fall andere Items da, als am Vorkast. Definitiv andere Items, aber das wundert mich jetzt ein bisschen. So, ich glaube wir gehen mal in eine Taverne. Room. So, okay, dann resten wir hier mal für 24 Stunden. Fand ich jetzt aber echt komisch, gerade mit dem Minus 2. Jo, so, ah, wieder ganz oben. So, dann müssten die jetzt hier wieder neue Sachen dabei haben. Sind auf jeden Fall Neues, aber nicht das, was ich haben will. So, ich hoffe der hat jetzt was Neues. Nope. Auch nope. Der hat ja hauptsächlich nur Waffen, größtenteils. Und ein bisschen leichte Rüstung, aber obwohl wir könnten hier auch nach Westen gehen und in einen Pfand laden. Der hat ja auch immer hin und wieder Rüstungen. So, da haben wir den Pfandladen. Ja, da werden wir jetzt erstmal einen Weichen durchziehen hier heute, definitiv. So, okay, hier hat er nichts. Wie sieht es hier aus? Hier verkauft er nichts. Wie war das bei dem oben? Hatte der oben auch was zum Verkaufen? Ja, hatte er. Aber nichts, was ich jetzt haben will. Hm. Schade. Ja, dann wieder zurück nach Osten. Und ja, dann müssen wir das erstmal so lange durchziehen eigentlich, bis wir wieder eine Quest bekommen. Jo. So, dann machen wir Diff wieder. 24. 25. Bzw. Irgendwann müssten wir ja doch den Brief bekommen, oder nicht? Jo. Zeit hierfür ist wieder vorbei. Wo ging es hier raus? Hier, ne? So, dann gehen wir hier nochmal rein. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Und wieder nichts Neues. So, was sie... Wie sieht es hier aus? Gerade, dass sie wirklich hier nie was haben. So, dann... Muss ich vielleicht jetzt wirklich irgendwo kämpfen gehen, oder so? Damit ich überhaupt was Neues kriege? Der hat ja nichts mehr. Auf Taschen habe ich jetzt auch nichts. Letter of Credit. Also, ja, ja, das ist das, was noch übrig ist. Achso, die Dinger. Und am Wagen habe ich nichts. So, vielleicht wenn wir nochmal hierhin reisen. Wieder nach Wayrest. Mal gucken, ob wir vielleicht da ein besseres haben. Besseres an. A cheerful young woman hands you a letter and then walks away. Whistling. An unfamiliar object on your pack hatches your eye. It is a letter addressed to you in an elegant flowing script. How did that get there? Wahrscheinlich wieder hier diese Dingens. Ne, zwei Briefe. Ja, ja, das war, äh, Dingens, aber... Of the Empire could be at stake. Lady Brissianna! Wir haben den Brief. Max Dinos II. Come to once to Oxway in Daggerfall. I will be waiting at the mole and sword for you. The fate of the Empire could be at stake. Lady Brissianna. Ox... äh... To Oxway in Daggerfall. I will be waiting at the mole and sword for you. Okay, wir scheißen mal drauf. Oxway. Ox... way? Ist da hinten. Oh, wir sehen Lady Brissianna wieder. Fast einen Monat reisen wir jetzt. Okay, hier haben wir Oxway. Da unten haben wir ein paar Läden. Wir gehen erstmal zu den Läden. Von ihr kriegen wir den Brief also. Hab ich jetzt nicht erwartet. So, aber erstmal hier die Läden abklappern. So... Hier sind wir schon dran vorbei. Okay, da. Perfekt. Ein Waffenladen. So... Hat der Ching was Daedrisches? Daedrisch hat er nicht. Hat er auch nicht. Okay, dann der nächste wäre ein bisschen weiter südlich. Südwestlich. So, was haben wir denn hier? Da. Ein Fun Shop. Da. Der hat aber auch nichts. Auch nichts... Auch nichts... Auch nichts... Auch nichts... So, hier hat er nichts, und hier hat er nichts. Wir gehen gleich auf jeden Fall zu Lady Brissianna. Quatschen mal mit der. Aber als allererster will ich jetzt irgendwie bessere Rüstung kriegen. Kleines bisschen. Wie sieht es eigentlich mit unserem Skill aus? Wir sind wieder hier ganz niedrig. 40% haben wir erst. An der Watte. Wir müssen eben den hier wieder machen. So. Und hier wieder. So, dann nochmal Richtung Süden. Südwestlich. Da haben wir nochmal zwei Läden. Hier, ein General Store und noch ein General Store. Dann haben die hier bestimmt was. So hoffe ich zumindest. Was kein Wakizashi oder Saber oder sowas ist. Ne, leider nicht. Hier auch nichts. Schade, dass die wirklich hier nie die Idee der Rüstung vollständig haben für uns. Da freue ich mich tatsächlich auf Morro Wind. Wegen der derrischen Rüstung. Oder die Vulkanglas Rüstung. Die sieht auch mega aus da. So. Wie sieht es hier aus? Okay. Hier gibt es nichts. So. Dann haben wir da nordwestlich ein bisschen was. Also nur noch einen Laden. Und dann quatschen wir mal die Dudes und Duties hier an. Wo Grisiana sein könnte. Die wartet ja eh schon jetzt 26 Tage auf uns. So. So. Dann hier nach oben nochmal. Und gucken wir mal. Oh. Da hinten steht ein Jude. a11. Kloff Amulett. So. Und los. Nach Norden. So. Mehr Läden haben wir nicht. Aber noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tavernen. Sechs Tavernen haben wir hier. Eines davon muss Lady Brissianna sein. Ah, hier. Ich hoffe, der hat jetzt was für uns. Hier leider nicht. Und auch nicht. Okay. Wie heißt der Laden, wo wir hin müssen? Äh, I'm at the way Lady Brissianna. Nee, das ist das ganz Alte. So, hier. Äh, the fate of the Empire. Nee, the Maul and Sword. Maul and Sword. Müssen wir jetzt suchen. Fragen wir mal die gute Dame hier. Äh, Taverns. The Maul and Sword. The Maul and Sword is somewhere south-east of here. South-east. The Maul and Sword. Also, das da. Südöstlich von hier. Dann finden wir die. Das ist ja die einzige Taverne im Südosten. Also ist Lady Brissianna dort. So, ist das schon die Taverne oder ist das die noch nicht? Nee, ist sie noch nicht. Doch, das ist sie. Wo sind der Eingang? Hier? Wo ist denn Lady Brissianna? Hier ist sie nicht. Hallo? Hier oben vielleicht? Ja. Die hat sie super versteckt. Max, ich bin glatt, dass du mich hier konntest. I have reasons to believe that Godfreyd has the totem. The Blades no longer have the man to mount an assault on Castle Daggerfall. You have shown yourself to be quite an adept at getting in and out of these places. Would you go into Castle Daggerfall and retrieve the totem of Tiba Septim? Yo, holen wir uns? I knew I could count on you, Max. The totem is most likely in the Daggerfall treasury. It is a huge room, quite unmistakable. I am leaving in a couple of days. I shall send word to you where you can meet me after you get the totem. Should you succeed? The Emperor has instructed me to gift you with an artifact of great power renown. Warlock's Ring. Okay, warte. Wo muss ich genau hin? Lady Brianna has asked me to bring her the totem of Tiba Septim. Wieso ist das hier nicht weg? Ja, das hier ist schon. Hä? Okay, egal. Verstehe ich nicht. It is hidden in the treasury of Castle Daggerfall. She fears that assassins are after her and will send me a letter, revealing her current whereabouts, when I escape the castle. Whoever holds the totem has the approach of control of the mighty Numidium and forge a new empire, just like Tiba Septim did so long ago. Okay, geil. Auf nach Castle Daggerfall. Wo ist denn der Ausgang? Das hier ist das. Die. 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 Die, die. Upsi. Ja, egal. Dann haben wir da jetzt noch tausend Stunden. Also, wir sind ja eh hier im Norden. Dann machen wir gleich ein Save-Game, wenn wir den Castle Dagger voll einmarschieren. Und dann holen wir uns das Tote. So, da bin ich dann gespannt. Vielleicht kriegen wir auch endlich gute Rüstung da. Ich mache aber lieber hier ein Save-Game, auch die 1, bevor wir reingehen. So, jetzt lädert ewig. Ah, jetzt. Hier war kein Eingang. So, yes. Und dann müssen wir durch einen dieser Räume. Können wir schon sehen, was hier wohin führt? Nö. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt ein Save-Game auf die 2. Okay, da können wir nicht so aufmachen. Vielleicht das hier. Machen wir wieder so. Äh. Wir sind das. Bring an Item to a contact of mine and singing rebirth of Kinnarat. Nö, danke. Oh, no. What a shame. I was prepared to be quite generous. Äh. Okay, hier sind wir auch falsch. Wir bauen hier erst mal richtig scheiße. Nö, das klappt nicht. Jynisera, hilf mir. Können wir hier rein? Nö, stimmt. Es kann nur noch das da sein, wo wir rein müssen. Autsch. Äh. Das wird nichts. Und ich kann jetzt nicht alle auf einmal aufschalten. Äh, zähle ich hier jetzt... Äh, ich bin noch ein Common Citizen. Okay. Okay. Ich kann jetzt gerade hier nichts machen. Äh. Komm, ich bin hier durch. Komm. Bevor die kommen. Scheiße. Gibt's ja auch noch irgendwie. Die Möglichkeit reinzukommen. Äh. Der ist zu. Versuchen wir hier nochmal. Ah, toll. Yo. Alles klar. Habe ich irgendwie einen Heilprank oder so? Warte. Ist es offen. Oh, was haben wir hier? Warte. Auf. Healing. Ja, ein bisschen haben wir... Nein, ich komme nicht durch. Nein. Kommt, lass mich doch vorbei. Jetzt, 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 jetzt. Nein, komm. Ich bin durch. Die ist offen. Gut. Ach, wollen die mich verarschen? Ja. Okay, jetzt sind wir hier durch. Ich wollte schon sagen, wollen die mich jetzt verarschen oder was? So. Dann machen wir hier ein Save-Game auf die drei, weil das war jetzt ein bisschen sehr, sehr speziell, hier so durchzukommen, weil hätte ich die jetzt alle da kaputt gemacht, aber wir nehmen hier nur noch Geld mit, bis wir gefunden haben, wo wir hin müssen. Ach so. So, Barbarian. Ja, wie viel Gold haben wir gerade? Okay. Die hat aber nichts Besonderes. Ich frage mich, wie jetzt gerade die Königsfamilie da geguckt haben müsste, wie ich da mit der ganzen Wache mich hier anlege, um in diese Räumlichkeiten hier zu kommen. Wir bleiben jetzt nicht unten. Ich finde schade, dass hier niemand, was der direkt mit hat. Das können wir auch nicht einsammeln. Hier sind zwei Türen. Ah. Wie sieht es eigentlich hier mit den... Nee. Auch nicht. Nee. Wo haben wir das mit den... Dingens? Lockpicking. Zehn Prozent erst. Da brauchen wir Intelligenz. Intelligenz haben wir noch nicht so viel. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr auf Intelligenz gehen. Oh, wir sind wieder hier. Ah, okay. Gehen wir einmal durch den Raum. Ähm. Was war das? Ähm. Tschüss. Ähm. Okay, das war quasi die andere Seite wieder. Nee, warte mal. Das ist was vollkommen anderes hier. Okay, den kann er mitnehmen zum Verkaufen. Das hier was komplett anderes als es. So, wie sieht's aus? Kann ich nicht. Muss ich so machen. Einmal vielleicht den hier. So, Savegame. Auf die drei. Das geht hier irgendwie auch runter. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Aber manchen, nehmen wir mit. Äh, wo? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Und das in der Festung Daggerfall? Alter, krass. Ich komm grad nicht drauf klar, wo wir hier gelandet sind. Oh, warte, der hat da was. Ebony nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ein Ork. Und ein Reis gestorben, okay. Potion Recypon nehmen wir nicht mit. Jetzt bin ich aber gespannt. Da ist wieder ein Geist. So. Boah, jetzt ist die Frage, wo muss ich suchen gehen? Yo. Hat mich jetzt aber nicht erwischt, oder? Wo genau müssen wir jetzt hier rufen? Na, du Zauberer? Äh. Was? Was zur Hölle? Wo bin ich hier gelandet? Warte mal. Bevor wir hier... Ich bin jetzt gerade absolut überfordert, wo wir hier gelandet sind. Wir gehen aber kurz einmal hier hin, damit wir das hier machen können. Äh. Ich bin... Ich bin... Ah, warte mal. Äh, nee. Das wollte ich nicht. Cure Disease. Cure Poison. So. Dann können wir jetzt hier nochmal ein Save-Game machen. Alter, was? Alter, was? Ja, aber ich würde sagen, das ziehen wir in der nächsten Folge weiter durch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und... Ciao. 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 Ja. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020